Der FFC Turbine Potsdam, Birgit Prinz auf der anderen Seite, sofort der Konter, sie schaut einmal, zweimal und der Ball ist immer noch nicht im Tor, zweimal Pfosten, dreimal Pfosten, da gibt's denn das. Ein Metalltrippel, das sieht man ja wirklich äußerst selten. Heieiei, was für eine brillant herausgespielte Kombination der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, schauen Sie, sie hat geschaut auf Sandra Smisek, einmal, zweimal an den Pfosten und dann, klasse auch, die Reaktion von Marisa Brunner, Simone Laudea, alles ist frei, die Ecke zum vierten Mal Pfosten. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal. Und Stümmerlis, und Stümmerlis, und Stümmerlis, zweimal Pfosten, zweimal Pfosten, zweimal Pfosten, dreimal Pfosten, da gibt's denn das. Das ist frei in die Ecke zum vierten Mal Pfosten, da gibt's denn das.